Und wieso schimpfst du sie? Ja, erzählst du was? Bist schon wieder nach Mittelpunkt? Ja, was möchtest du? Das gibt's aber nicht. Aha! Das ist sehr interessant. Jetzt hat er... Hä? Was du alles erzählen kannst? Ja, was du alles erzählen kannst? Hm? Was erzählst du denn, Mama, so? Ja, du wirst schwitzen. Was erzählst du, Mama? Weißt du, was wüsst du? Was wüsst du? Was wüsst du? Brrrr! 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 Das ist ein Kettbloaschen Brrrr! 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 Du bist der Kettblush mit der Mamafpsn? Ja? Brrrr! 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 Ruhe! Dann wirst sie aber morgen schauen. Ja, ja. Ja, ja. Geht's dir schon wieder besser heute? Brrrr! 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 Na, servus. Du jetzt, Wubi, dich auf die Löffel. Ja, was ist denn das jetzt? Ja, was ist denn das? Bist du wieder nicht im Mittelpunkt? Hm? Ja. Hör, wenn der Skala nicht im Mittelpunkt ist. Ja. Wer ist es? Da ist die Lüste, hm? Und wo kommt das jetzt so? Ja. So. So. Wurzeln. Ja, das können wir jetzt. Sehen wir jetzt. Oder kommst du denn da im Mittelpunkt schon schon langsam? Ja. Ja, ja, ich warte. Ich muss dann gute Form und einmal klettern. Schliessig. Wollen wir mal weiter benutzen? Ja, ja. Ja, ja. Schliessig. Sonst... Und, wie geht es? Verfrieden? Hier geht es, hier hat er. Auch schon in der Erdkerei, in der Küche. Jetzt schaue ich mich wieder. Und wie ist es? Und jetzt kommt es noch ein bisschen, wie geht es? So, fertig.